Matsyendra-Pita-Bandhasana ist der gebundene Sitz des Matsyendra, mit anderen Worten der volle Drehsitz. Gib den rechten Fuß in die linke Hüftbeuge und gib dann den linken Fuß rechts neben das Knie. Gib den rechten Arm um das Knie herum und fasse mit der Hand an den Fuß. Gib den linken Arm hinter den Rücken und fasse dabei mit der Hand an die Innenseite des rechten Oberschenkels oder gib den Handrücken oder die Fingerrücken an den Bauch oder Nabel. Schaue dabei zum Punkt zwischen den Augenbrauen und konzentriere dich auf das Ajna-Chakra. Diese Stellung wird auch genannt Purana Matsyendra-Sana oder eben auch Matsyendra-Pita-Bandhasana. Matsyendra ist der große Hatha-Yogi, dem Shiva gemäß der Legenden des Hatha-Yoga beigebracht haben soll, zu Beginn des Kali-Yoga. Pita heißt Sitz und Bandha heißt verschränkt oder auch verschlossen. Alle Infos über alle Variationen des Drehsitzes in der Yoga-Vidya-App